Mein himmlisches Hotel ist zurück. Jetzt nehmen die Hoteliers die Konkurrenz noch genauer unter die Lupe. Wir kennen keine Gnade. Härtere Worte. Puff wäre mir lieber gewesen. Gewollt, aber nicht gekonnt. Weniger Diplomatie. Der Laden bei dir ist doch total tot. Kriminellere Methoden. Lass uns mal hier mit dem UFO-Licht nach Blut suchen. Mein himmlisches Hotel. Montag bis Freitag, 17 Uhr.